schönen guten morgen und herzlich willkommen hier auf meinem channel schön dass ihr mit eingestellt habt ich bin es wie mein shopmaster bevor wir starten würde ich gerne unterstützt einen creator mit impact 82 könnt ihr gerne einmal suchen und finde ich zwei wochen erst abgesperrt ansonsten liken abonnieren nicht vergessen alles kostenlos für euch so wir starten jetzt auch um keine zeit zu verlieren hier hat sich nichts getan auch hier nicht hier ist uns ausgetauscht so ariana grande ok ziemlich in pink heute wieder gar nicht auffällig für fortnight na gut legefigur mit anbedruckung zur hälfte backblinken naja gut so 1 5 1800 für für das paket jamsung dazu spitz hat das alles einzeln naja gut hier noch mal ariana grande raumfahrt kapitel 2 schon ok da müsste selber anscheinend ob euch den skin zulegt so haben wir noch das andere ist gleich geblieben nicht weiter durchgehen hier neues emote na gut fair wüster season 1 auch hier brand chill season 2 grubbenkönig so nochmal neues emote oder sucht jemand seine altersvorsorge hier ist alles beim alten geblieben ein bisschen jamsung für neue den copyright können wir diese nicht abspielen teuren lego paket da gehen wir nicht drauf ein das war es auch schon wieder so dann gehen wir noch kurz hoch zu der lady und dann würde ich sagen danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal heute abend geht es wie gewohnt weiter mit folgender dave on stage ansonsten würde ich mich freuen wenn ihr nix bei mir mit einschaltet zum nächsten item shop das war's wenn ihr raus shop master job von au